Was sind die häufigsten Ursachen für den Socketfehler 10.053? Ein Socket ist ein Anschluss am Computer, der geöffnet wird und es dem Computer ermöglicht, eine Verbindung mit einem Server herzustellen. Während dieser Verbindung können verschiedene Socketfehler auftreten. Die Meldung Socketfehler 10.053 ist recht selten, da im Gegensatz zu anderen Fehlern, die auf eine schlechte Serververbindung oder ein Problem mit dem Server zurückzuführen sind, der Fehler 10.053 vom Computer stammt, der versucht, die Verbindung herzustellen. Dies wird häufig durch Antivirenprogramme oder einen Anwendungsfehler verursacht. Diese Art von Fehler kann auch auftreten, wenn die Serversoftware seit den 1990er Jahren nicht mehr aktualisiert wurde. Antivirenprogramme und Firewalls können für einige Benutzer zu einem ständigen Ärger werden. Für diejenigen, die ihre Computer häufig aktualisieren oder neue Software installieren, blockiert die Antivirensoftware oder Firewall den Zugriff, da sie der Ansicht ist, dass das Upgrade oder Programm bösartig ist. Diese Programme schützen den Computer zwar vor Hackern, können jedoch auch Probleme wie den Socketfehler 10.053 verursachen. Nach dem Auftreten der 10.053-Meldung sollte der Benutzer zunächst die Firewall und den Virenschutz deaktivieren und anschließend erneut versuchen, die Verbindung herzustellen. Eine weitere häufige Ursache für den Socketfehler 10.053 ist ein Anwendungsfehler. Dies kann so klein sein, dass das Programm versehentlich ausgeschaltet wird, bevor der Server an den Computer angeschlossen ist, oder einfach eine Zeitüberschreitung auftritt. Manchmal ist es verheerender. Ein Anwendungsfehler kann auf fehlerhafte Codierung oder noch tiefere Probleme im Computer hinweisen. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich am besten an den Kundensupport des Softwareanbieters. Der dritte häufige Grund für den Socketfehler 10.053 ist ein Mangel an Upgradis. Einige frühe E-Mail-Serverprogramme verwendeten Codierung, bei der der Papierkorb stark genutzt wurde, um nicht benötigte Daten zu entfernen. Wenn das E-Mail-Programm selten verwendet wird, tritt dieses Problem normalerweise nicht auf. Wenn das E-Mail-Programm häufig verwendet wird oder mit E-Mails vollgestupft ist, ist der Computer möglicherweise nicht in der Lage, das hohe Volumen an Papierkorbanforderungen zu verarbeiten. Dies tritt nur bei Computern auf, die seit den 1990er Jahren nicht mehr aktualisiert wurden, da diese Codierung behoben und behoben wurde. Wenn die fehlende Aktualisierung das Problem ist, aktualisieren Sie einfach die Software auf die neueste Version. Manche Software kann durch Klicken auf die Schaltfläche Upgrade oder durch Herunterladen eines Upgrades von der Website des Herstellers aktualisiert werden. Andere Programme können den Käufer zum Kauf einer neuen Version zwingen, bevor der Fehler 10.053 verschwindet.